Willkommen zurück bei einer neuen Runde Let's Play Metro 2033 So, wir sind hier unterwegs zur Station der Faschisten Oh oh Na erstmal muss ich jetzt mal wieder an die Empfindlichkeit muss ich mich hier gewöhnen Zwischendurch habe ich ein anderes Spiel gespielt Krieg den Verdammt Den haben wir Er läuft weg, den haben wir auch Gut, das war ein B-Wip, bin ich dämlich von dem Typen Ich hätte jetzt gern noch ein bisschen mehr Batterie BMW 80 Gerät, momentan traue ich mich gar nicht das einzuschalten Mehr hat er nicht? Na super Oh oh Das war's glaube ich Ach du Gott Ich hoffe wir haben wenigstens einen erwischt Da haben wir auf jeden Fall die anderen Oh shit Oh shit Da hinten, okay Steht da wieder auf? Sieht gut aus Sieht gut aus Die Frage ist, gehen wir jetzt hier oben weiter? Oder machen wir einen Abstecher nach unten? Oh 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 Okay, erstmal ein Abstecher nach unten würde ich sagen Scheinbar Scheinbar Können wir nach oben Boah Boah Das Geduld geht nur auf den Senkel Boah, das Geduld geht nur auf den Senkel Platt gemacht Platt gemacht Keine Mini weiter? Äh Vielen Dank Enos Ich habe gehört, dass ein Ranger in der Nähe ist Gute Arbeit Ich werde nicht fragen, was dein Auftrag hier ist Wir gruppieren uns neu und ziehen uns zurück Mach das Es war eine Ehre dich zu treffen Und vielen Dank nochmal Mensch, die haben sogar wirklich Gefangene gemacht Ich hätte die fast abgeknallt Hm, das gefällt mir irgendwie gar nicht Wieso liegen hier überall Knochen rum? Upsallah, das Licht wieder ausgemacht Hier war soweit eigentlich nichts weiter, ne? Da kommen wir wieder hoch Ist das jetzt hier eine Alternativroute? Nicht wirklich, schade Aber wir haben ja noch diese Latern gesehen Wo war das nochmal? Da und Kommen wir da irgendwie Ach da Ui, fast runtergefallen Ui, fast runtergefallen Ui, fast runtergefallen Kann das hier sein, um die So Platz zu schießen, oder was? Wo? Ne, das war ja die Leiter Von der wir kamen Ah ne Jetzt sind wir hier Oh ne, uh shit Das wird spannend Das wird spannend Aber es macht auch gar keinen Sinn Jetzt zampel ich hier oben rum Habe aber nicht wirklich einen weiterführenden Weg Da möchte ich nicht überspringen Ich komm doch nirgendwo durch Ich weiß gar nicht, wozu das gut sein soll hier Außer, dass man halt vielleicht ein bisschen Deckung hat Vor feindlichem Beschuss Also Uuu, pfuiui Ab nach unten wieder Und dann versuchen wir uns mal dort durchzuballern Und dann versuchen wir uns mal dort durchzuballern Und den shit, der lebt noch verdammt Sieht sauber aus soweit Sieht sauber aus soweit So, wir müssen bestimmt dort durch Also erstmal noch looten Dort dürfen wir scheinbar gar nicht Oh man Ach du Gott Wie konnte ich denn nochmal sätlich gucken, bitte? Ging das überhaupt? Ging das überhaupt? Ist ja überhaupt nicht jemand drin? Ich trau der Musik grad überhaupt nicht Ich trau der Musik grad überhaupt nicht Wieso ist hier niemand? Das ist doch nicht normal Andererseits auch keine Lächen Nun gut Dann machen wir mal die nächste Tür auf Ach du Scheiße Ach du Scheiße Ach du Scheiße Tja, damit sind wir wohl ein Gefangener unter Gefangener wird der Faschisten Und es gibt weiter mit Wagenkampf Warum sollten wir zögern? Lasst uns diesen roten Spion abknallen und fertig Sollen wir nicht lieber den Sicherheitsdienst rufen? Es wird ewig dauern bis sie hier sind Und wer passt bis dahin auf das Schwein auf? Gutes Argument Also gut du roter Abschaum Biete zu deinem Marx oder sonst wem Ha 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 Wenn du um Gnade winzelst Überlegen wir uns vielleicht Ob wir dich schnell töten Hör 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 Eine Sache liebe ich bei den Bösern Es gibt immer viel zu diskutieren bevor sie den Abzug drücken Du bist mir was schuldig, Junge. Du siehst nicht wie ein Roter aus. Wer zum Teufel bist du? Das ist Handtagszeichen. Ich bringe dich besser zu Miller. Egal wie die Nachricht lautet, hebe sie für ihn auf. Okay, gehen wir zu dem Panzerwagen. Oh, sind wir da aufs Stalker gestoßen? Das ist der Plan. Du bringst ihn mit dem Panzerwagen zu unserer Dreisine. Dann nur noch das Loch und die schwarze Station. Und was ist mit dem Auftrag? Miller gibt dir einen Orden, wenn du Neuigkeiten von Hunter bringst. Ich mache den Auftrag alleine. Wir treffen uns in der schwarzen Station. Sei vorsichtig, da draußen. Schön viel Munition. So, können wir die Tür aufmachen? Oh ja. Oder auch nicht. Hm, wieso kann ich die Filter immer nicht mitnehmen? Das ist mir ein Rätsel. Hm. Lecker, lecker. Nun gut, dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal wieder ein Folgenpäuschen. Spitze, bedanke mich. Bis dann. Tschüss.